Leute, was geht zu einem neuen Format, auf das ich extrem Bock habe? Ich werde auf eure Tinder bzw. Chats mit eurem Crush reagieren. Falls ihr sowas feiert, lasst unbedingt ein Abo und ein fettes Like da. Und kommt in den Livestream, wenn ihr in Zukunft bei solchen Formaten mitmachen wollt. Der ist ganz oben verlinkt. Oder joint meinen Discord. Da gibt es sogar einen extra Raum, wo ihr die unangenehmsten bzw. lustigsten oder Chats, wo ihr euren Crush geklärt habt, reinschicken könnt. Also ich verlinke euch den Discord-Channel und da könnt ihr gerne eure Screenshots reinsenden, weil wir werden einen bestimmten zweiten Part davon machen. Hier unten ist auch der Twitch-Chat. Und ja man, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe extrem Bock. Der erste Chat, hey Baby, dann sagt sie ja. Ding, hab mal eine Frage. War beim Chinesen, hab halt ganz normal gesagt, was ich will. Halt mit Reis, mit Curry. Aber er gab mir die Nummer 69, keine Ahnung warum. Dann schreibt sie, Bro mit traurigem Smiley. Gefallener Bruder, einfach Bro. Egal, warst eh hässlich. Das ist so diese Standard-Aussage, wenn ein Typ einfach ein Girl nicht bekommt. Immer dieses, warst eh hässlich. Ich schwöre, immer. Ey, kennst du Neheim, was Neheim? Was ist das? Freund von meinem Vater meinte, ich habe proportional. Machst du Probetraining? Bevor ich Neheim Probetraining mache, rotiere ich lieber Early, Late Game, Low Ground. Oh, warum? Willst du mit mir rotieren? Safe? Boah, das ist krass. Das ist krass. Also wenn das nicht abgesprochen war, sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Da sind auch noch ein, zwei Chats von mir dabei, die extrem lustig sind. Dann, was ist dein Sternzeichen, dein Opa? Wenn ich errate, mir ein, nein, boah, wie random, irgendeine Semmel mit Würstchen, Digger. Sogar, ey, was macht ihr auf euer Wiener Würstchen? Also ich mache immer Ketchup. Ich mag schon Senf, aber eher so diesen süßsauren Senf. Aber diesen, ja, ich weiß nicht, als Kind habe ich Senf nicht so sehr gemocht. Dann, bei Nebra suche nur eine PS5 aus meiner Nähe. Sehe, sie kommen aus Bielefeld oder so. Geografie ist nicht jedem seine Stärke. Soll ich kaufen? Sag schnell, laden, mach gleich zu. Irgendwelche marinierten Chicken Wings, Digger. Hallo, ich bin an ihrem Angebot interessiert. Ich bin gerade dabei, eine Bestellung bei Ebay aufzugeben. Und ihre E-Mail-Adresse wird benötigt, um die Bestellung abzuschließen. Hab Kack-Icon gezogen. Echt jetzt? Puyol? Ist keine gute... Ja, okay, Rechtsverteidiger mit 76 Tempo. Miese Zeiten. Ich weiß noch, FIFA, was war das, 21? Da hab ich einfach Ronaldinho in mein Icon-Pack gezogen. Das war krass. Hey, kannst du jetzt morgen? Wenn nicht, dann lass Freitag. Hey, morgen sieht schlecht aus. Freitag ist es besser. Um wie viel Uhr Freitag? Passt 16 Uhr für dich? Muss schauen. Okay, guck, wie es dir passt. Aber später als 17 Uhr wäre es schwierig. Hey, und was ist mit morgen? Kommst du? Oh, das ist echt nicht cool. Also, wenn ihr mit einem Girl schreibt und sie euch schon versetzt und dann wollt ihr einen neuen Tag ausmachen und dann merkt ihr, sie schreibt nicht mehr. Dann wirklich... Dann, das ist so dieser innere Pain. Aber, ja, gefallener Bruder. Da hat er... Oh, ja, okay. Das ist ein Chat von mir, ne? Ja. Da war Selina in Türkei. Schreibt sie, grüß mich mal. Dann schreibt sie, bitte bin Fan. Dann schreibe ich, haha, zeig... Punkt, Punkt, Punkt. Dann hab ich sie gegrüßt. Dann sagt sie, oha. Dann hat er diese Smileys. Dann sagt sie, danke, bin dein größter Fan. Und von deinem... Hm, hm, hm. Da hab ich geschrieben, haha, bin auch größter Fan. Ich auch Fan von dir. Und dann, ja, wie die Geschichte weiterging, könnt ihr euch vielleicht denken. Boah, das ist nicht Simulation. Das ist Big W. Dann, Digga, Comparty. Verpasster Videoaufruf. Com kann ein bisschen dauern auf Klo. Boah, also ich würde sowas niemals meinem Crush sagen. Oh, egal, lass dir Zeit. Guten Schiss. Mit Herz und das. Ja, nice. Nice. Guter Chat, guter Chat. Dann irgendwelche random Smileys. Machst du so mit mir, benimm dich. Okay, okay. Kennst du FC Levante? Nein, was ist das? Nee, Halm, vielleicht habt ihr gehört, kenn ich nicht. Ist egal, Hauptsache du spielst da. Ey, das ist stark. Das ist sehr stark. Das ist sehr, sehr stark. Ey, der Joker Frankfurt, danke für dein verschenktes Sub, Bro. Ehrenmann. Ehrenmann. Dann, lang nichts mehr gehört, ist ja schon ein Jahr her. Hatte noch eine Mission bei dir. Welche denn? Dippen. Aber wenn du griebst, dann rotatete ich Zone. Das ist auch so ein Fortnite-Chat. Dann. Ah, aber ich bin in Lübeck aktuell. Dann dipp ich da hin, aber grieb bitte nicht. Genau, genau solche Chats brauche ich. Genau solche Chats. Dann. Ich glaube, bei dem Chat irgendwie Korb kassiert. Dann kommt, nö. Dann, scheiß auf dich. Fullbox, 200, fully pieced. Genau, genau solche Chats. Genau, das sind die Chats, wonach wir suchen. So halbnackte. Hm, hm, hm. Geh mal Flaschen zählen. Was denn, Bruder? Nein, was ist das für ein weirder Chat? Dann Netflix und warten, bis du schreibst. Ah, okay. Yeah. Bin Top 100, Top 500 wieder. Dann was ist das da? Piss? Oder was? Keine Ahnung, was da steht. Aber auch sehr gut schreiben, wenn man Top 500 in Cup ist. Sehr, sehr wichtig. Dann Anna. Ja, warte einen Moment. Okay. Also, bist du am Leben? Ja, hä? Okay, magst du Toast? Ja, warum nicht? Kann man sich mal gönnen. Was hältst du von Frauen? 90% sind hinterhältig. Okay. Willst du meine Freundin sein? Nee. Schade. Sehr, sehr schade, Bro. Sehr, sehr schade. Aber hab Angst, dass es denn komisch zwischen uns wird. Egal, sag es ihr, trau dich. Okay, ich mach. Okay. Es gibt keine Luisa. Ich liebe dich. Es tut mir leid. Wirklich. Ähm, ja. Seit dem Zelten ist da irgendwie irgendwas. Es tut mir leid. Ähm, okay. Du hast dieses Konto blockiert. Aua. 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 Das tut weh. Was ist das denn? Was ist das für ein random Bild? Bist du ein Fernseher? Bist du ein Fernseher oder warum mag ich es, dich zu gucken? Nein, aber ich bin trotzdem froh, dass du es magst. Süß. Hey Baby, wer bist du? Möchtest du mein Riss bewerten? Ja, okay. Ja, okay. Ich sehe in deinen Augen unsere Zukunft. Was ist das? Geh weg. Ich sag's allen. Nein, tu das nicht. Ich hab Gefühle für dich. Ich hab aber keine für dich. Ich hab einen Freund. Aua. Also der Bray ist gefallen. Der Bray ist sowas von gefallen. Vor allem sie sagt auch noch, ich sag es allen, als ob die irgendwie so Schule, fünfte Klasse wären und das so schlimm wäre, wenn man das sagt. Ah, okay, warte. Hier. Geh gleich einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Gerne. Was würdest du mir denn mitbringen? Red Bull und Snacks klingt gut. Und ne Pulle Vita-Welt-Apfel-Geschmack kenne ich nicht, als ob du Ligello nicht kennst. Glaube nicht. Egal, lass dich überraschen. Perfekt. Willst du meinen Rückbank austesten? Ähm, klar. Aber das war, also, ich glaub das war obviously ein Fake-Account. Also ich bin mir irgendwie sicher. Ey, Bey, ja, was los? Pua, Groß, Jaro und so. Ey, Baby, was los? Ich hab den größten Jaro aus Schule. Alle haben klein. Dein bester Freund hat mir ein Bild geschickt und da hattest du klein. Aua. Aua. Das wird mir auch wehtun. Lass mal ein bisschen 18 plus reden, wenn du willst. Äh, die sagen 18 plus reden, aber sind selber nicht 18 plus höchstwahrscheinlich. Du darfst mich alles fragen. Na, hab jetzt keine Zeit. Muss gleich noch mit meiner Mutter weg. Mal gucken, ob ich morgen Zeit hab. Komm, 10 Minuten. Ne, hab keine Zeit. Hab Langeweile. Alle, okay, aber du bist korrekt und hübsch. Null. Fragezeichen Null. Sorry, war aus Versehen. Achso, man will mit dir schreiben. Bist korrekt. Ja, du auch. Hä, was ist das für ein Random Chat? Also, der war ja tot random. Okay, keine Ahnung. Wann willst du außer heute geht schlecht? Mir egal. Okay, morgen. Okay, ey, magst du Wasser? Ja, dann magst du schon 70% von mir. Boah, stimmt. Er war stark. Okay. Hey, hey. Mal Bock, wieder eine Runde Velo? Klar. Macher. Also, das war der einzige Chat heute bisher, wo ein Rist dabei war. Der Rest war tot. Hi, was ist los? Ich hab einen Crush auf dich. Okay, wollen wir zusammen? Ja, Baby, willst du mir einen Lulan? Okay, Daddy. Morgen komm ich Blasi-Blasi machen. Okay, Mami. Jeff. Hallo, hallo, wie geht's? Broah, da hat die wieder die Nachricht gesehen. Also, ja. Das war jetzt auch tatsächlich der letzte Screenshot. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also, ich verlinke euch, wie gesagt, den Discord-Channel ganz oben. Schickt mir da bitte lustigere Chats rein, weil da war Hälfte gefühlt langweilig und nicht zu gebrauchen. Also, wenn ihr da irgendwelche lustigen Chats habt oder die einfach unterhaltsam sind, so, schickt die mir, wie gesagt. Also, ich bin da auf euch angewiesen. Desto mehr Chats wir haben, desto öfter können wir das Format machen. Also, ihr habt ja gesehen, ich hab's auf, äh, Twitch und auf Discord angekündigt und es kamen halt diese Chats dabei rum. Ich denke mal jetzt, wenn ihr das Video schaut, habt ihr bestimmt bessere Chats. Deswegen ganz oben verlinkt. Danke für den ganzen Support. Vergiss nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Danke für den ganzen Support und Tschüss.